Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bernie Sanders' extraordinary campaign has enthused workers, youth and women above all. It is such like no other movement in the recent period huge sections of the American working class and of the middle class who are deserting both the Democrats and the Republicans. Like no other movement in the recent period this movement has achieved a large part of the American working class and also part of the middle class which are in large parts of the Democrats and Republicans. Up to recently, the working class would never cross the lips of the American working class. Everybody who is middle class! Now the Financial Times, the August voice of brutal finance British capitalism, refers to the class war that is raging in the US. The response to Bernie Sanders and his campaign, as the letter has shown, is nothing short of astonishing. It is the biggest social working class movement in its base that we have seen in the US for something like a hundred years. You would have to go back to the early part of the 19th century when Eugene Depp stood for the president in 1912 and got one million votes. The equivalent of 7 million votes today. He has filled baseball and football stadiums. Bernie Sanders has filled baseball and football stadiums. 37.000 won at one particular baseball stadium, which is three times than a recent English FA Cup match. It's gone from north to west, from north to south, from east to west. 7.000 in Alabama. It's absolutely extraordinary and takes your breath away. It's absolutely incredible. It's on a moment. And as the letter pointed out, it's tapped in financially to the mass support that exists. And as the letter explained, it is in Kolumbia, it's important to the potential of the spending. In fact, I heard in the British press recently a figure, more than what the letter mentioned, of five million individual donations to his campaign. And let us be clear about this. We, the Committee for a Workers International, have contributed to the emergence of the Bernie movement. The victory of Sharma Sarvant in Seattle played a big role as a catalyst in the movements for Bernie Sanders. And in fact, last night, 20.000 assembled in Seattle with Sharma Sarvant speaking at the mass meeting for Bernie Sanders. She did it carefully, but she raised at that mass rally the need for a new party of the American working class. Why is this marvelous phenomena arisen at this time? Why is this fantastic phenomena in this time? It's been prepared by the whole previous period in the US and from a world point of view. It's been prepared by the whole previous period in the US and from a world point of view. We have a devastating economic crisis. We have a devastating economic crisis. We have a devastating economic crisis. One bourgeois economist in Britain said that Britain and America had felt the effects of a war. arising from the 2007-2008 crisis. If that's true in Britain, what is the situation in Greece, in Spain, in Portugal and so on. And the American bourgeois are losing confidence in the future of their system. Robert Gordon, a well-known bourgeois economist, has written a book, the title of the wish, which is the rise and fall of American growth. And the conclusion that he's drawn is the growth of the past is no longer an offer as far as the American economy is concerned. We've heard a lot, haven't we, about the recovery? We've heard a lot about the recovery. It's mostly a recovery in the pockets of the bourgeois. We've heard a lot about the growth in the US. There's in reality 16 million workers who are still unemployed, who are not counted in the figures. Everywhere, high-paid, full-time job jobs have been slaughtered. They've been replaced by precarious part-time jobs. Of a hand-to-mouth existence by millions of working people. This goes together with obscene levels of wealth, particularly in the US. Robert Gordon says you can't talk about the 1%. It's not even 0,1%. It's 0,001%. And that means a handful of plutocrats who control the overwhelming majority of the wealth of the US. They control the equivalent of 50% of the world's population. 28 individuals, the equivalent was given in Britain. And it's very tempting, because we've got concrete in the bus industry in Brazil. And it's very tempting, because we've got concrete in the bus industry in Brazil. And we made a half-serious proposal with any bus drivers, volunteers to drive this bus full of plutocrats over the cliff. What's happening in the US today is a product of the movements against inequality. Remember, Sharma Savant was elected as the first socialist councillor in Seattle for a hundred years. That did not just have an effect in the US. It had an effect particularly in the neocolonial world. The masses of Mexico and Latin America were astonished. The masses of Mexico and Latin America were astonished. That in the belly of the beast a socialist who went on the council in Seattle. And I was there in Seattle at the marvelous $15 an hour congress conference. And that demand spread like a prairie fire throughout the US. That's the product of the work of the CWI. We see the crisis of the students, as Darletta mentioned. We see the crisis of the students, as Darletta mentioned. It's a tragedy. Something like $400 to $500 a month out of their immediate income to pay off their debts. The student debt in the US amounts to $1.2 trillion. And Bernie Sanders tapped into this mood perhaps more than Jeremy Corbyn. Imagine in the US those of us who visited the US the delight that we felt that our demand was raised by a mass figure for a political revolution against the billionaire class. Stellt euch das mal vor, was das für eine Freude war für uns in den USA zu sehen, dass da eine politische Persönlichkeit von einer großen Partei diese Forderung aufstellt nach einer politischen Revolution gegen die milliardärste Klasse. All we say to Bernie is don't leave it in a political revolution. We want an economic and a social revolution as well. And he's made an immortal contribution under the respect. Und er hat auch in einer anderen Art und Weise einen unsterblichen Beitrag geleistet. Er hat Menschen über 70 rehabilitiert. Und er hat auch in einer anderen Art und Weise einen unsterblichen Beitrag zu sehen. In einer Umfrage nach der anderen zeigt sich, die jungen Menschen identifizieren sich mit Bernie Sanders. Und seine Aussage, sein Bekenntnis, ein demokratischer Sozialist zu sein, ist von unschätzbarem Wert in der Bewegung, die sich jetzt entfalten wird. Es ist die Suche nach einer Alternative. Es wird ausgedrückt durch den Populismus, der bei dieser großartigen Veranstaltung hier in diesem Wochenende ist. Und was wir in den USA sehen, ähnlich wie in Europa, ist sozusagen linken Populismus und rechten Populismus. Natürlich bringt Trump die allergrößte rechte Demagogik und Propaganda. Aber auch indem er die Freihandelsabkommen kritisiert und die Interessensgruppe in der Gesellschaft kritisiert, zappt er auch diese unzufriedenheit unterarbeitenden Menschen an. Und das ist doch auch das, was die extreme Rechte in Europa versucht hat. Die bürgerlichen Politiker können mit diesem Phänomen nicht umgehen. Das können nur Marxistinnen und Marxisten, Sozialistinnen und Sozialisten, indem sie eine neue Vision für die Gesellschaft aufmachen. Die sogenannte Flüchtlingsproblematik ist ein Ausdruck für die Barbarerei des Kapitalismus. Und die höchsten Vorschläge laufen darauf hinaus, Griechenland, als ob es noch nicht genug gelitten hätte, in ein riesiges Lager für flüchtende Menschen zu verwandeln. Es sind keine Mauern hoch genug, es ist keine Ozeane breit genug, kein Zaun, es ist hoch genug, um Menschen aufzuhalten, wenn sie vor Krieg und Elend flüchten und auf der Suche nach einem besseren Leben. Und wenn Merkel und Cameron gesagt haben, wir haben ein Problem mit den Ressourcen, wir haben Probleme, wir können das nicht lösen. Und wir haben gesagt, es ist sehr einfach, diese Differenz, diese Spaltung innerhalb der Arbeiterklasse, die sich entwickeln, kann umgehen. Für ein Programm mit einer massiven Steigerung der Ressourcen. Und für die Ressourcen für die Menschen, die nach Europa kommen, gleiche Löhne für gleiche Arbeit. Und wenn die Bürger sagen, das können wir uns nicht leisten, wir sagen zu ihnen, wir können nicht Ihr System afforden. Die Bewegung für Bernie Sanders ist ein Wegweiser in der Entwicklung der Arbeiterklasse in den USA. Und einige sektarische Kräfte kritisieren unsere Genossinnen und Genossinnen und Genossen in den USA dafür, dass sie einen radikalen Kandidaten in einer bürgerlichen Partei unterstützen. Dann kennen sie ihre Geschichte nicht. Denn es gibt viele Beispiele, wie sich Arbeiterparteien, ausbürgerliche Parteien herausentwickelt haben. Keir Hardi, der Vater der Labour Party, if you like, war ein liberaler Agent inside the Liberal Party. Keir Hardi, der sozusagen der Vater, der Gründungsvater der Labour Party in Großbritannien, war Sozialist, ursprünglich Mitglied der liberalen Partei. Und als die liberale Partei versagt hat, dann ist er rausgegangen und hat die Labour Party gegründet. Und innerhalb der Korbelbewegung ist, zeichnet sich sozusagen ab, die Anfänge von einer wirklich neuen Partei. We have to say, as our American comrades have said, once you are blocked, and you will be blocked by the Democratic Party hierarchy, don't allow this river that is developed to run into the sand. Launch a party for the 99%. And once an independent party of the working class develops in the US, the whole of the world's Labour movement will be a head higher. Und wenn sich in den USA eine unabhängige Partei der Arbeitermassen entwickelt, dann wird auf der ganzen Welt die Arbeiterbewegung um einen Kopf größer sein. Und natürlich bleiben wir nicht an dem Punkt stehen. Wir müssen diesen Phänomen mit der Idee des Sozialismus ausfüllen. Von Verstaatlichung und Gemeineigentum. Was Bernie Sanders im Moment ablehnt. Aber die Hunderttausende, die Billionen, die sich erhoben haben in dieser Bewegung, sie werden diese Forderungen unterstützen. Und übrigens gilt das Gleiche für das Phänomen Jeremy Corbyn. Hier ist ein klassisches Beispiel für das Gesetz der unbeabsichtigten Folgen. Niemand, am wenigsten Jeremy Corbyn selber, hat wirklich gedacht, dass er diese Wahl zur Parteivorsitz gewinnt. Er las gerade eine Zeitung beim Treffen der Linken. Und einer hat zu ihm gesagt, Jeremy, jetzt bist du dran. Und er saß da nach seiner Zeitung und hat nicht gehofft, ob sie das gut alles klar sind. Und dann hat die Partei Rechte Regeln eingeführt für die Wahl zum Vorsitz, wo sie davon ausgegangen sind, dass sie gegen die Linken wirken würden. Und im Prinzip war es dann so, man konnte für vier Pfund, das ist der Preis von einem warmen Bier in London, konnte man an der Labour Party beitreten und bei dieser Wahl... Man konnte eine SMS schicken, um Jeremy Corbyn zu bekommen. Und übrigens haben große Teile meiner Familie das gemacht. Und haben das erst dann nachher erzählt. Und es gibt vielleicht Leute, die sagen, aber ihr wart doch für eine Massenpartei da bei der Klasse. Ja, das stimmt, das machen wir immer noch. Aber wie der große Philosoph gesagt hat, grau ist die Theorie und grün ist der Baum des Lebens. In dem Moment, wo dieses Phänomen Corbyn aufgetaucht ist, sind die Wassen dahin geschwärmt und haben das Ganze mit ihren eigenen Ideen und Wünschen und Forderungen mit Leben gefüllt. Und es war der größte, der eindeutigste Sieg für irgendeinen Parteivorsitzenden in der Geschichte des Landes. Aber die Frage war, wie jetzt mit diesem Sieg umgehen. Denn die Partei Rechte hat einen Bürgerkrieg ausgelöst innerhalb der Partei, um Corbyn zu zerstören. Und man muss sich erinnern, als Margaret Thatcher gefragt wurde, was war ihr größter Erfolg, und er hat sie geantwortet, zwei Wörter. Sie sagte Tony Blair. Das war der größte Erfolg von Thatcher als ultimative Klassenfeind in Britannien. Und der Sieg von Jeremy Corbyn symbolisiert diese Lockerung von dem Griff der Bürgerlichen, von der sie meinten, sie über die Labour Party zu haben. Es entwickelte sich eine Basisbewegung. Es hieß Momentum. Aber es hat wenig Momente, es hat wenig Antrieb. Denn sie wollten diese Bewegung im Zaum halten, diese ganz dynamische Bewegung hinter Corbyn. Sie wollten verschiedene Gruppen abschwächen und versöhnen innerhalb dieser Bürgerkrise. The leading trade union leaders in Britain, who we know personally, we've discussed with. Es gibt Gewerkschaftswirken in Großbritannien, die wir persönlich kennen, mit denen wir persönlich diskutiert haben. We want to gently push Corbyn towards the left. We want to gently push Corbyn towards the left. But there are two parties now in the Labour Party. Aber es gibt nur zwei Parteien innerhalb der Labour Party. There is a force for a win. Es gibt wirklich Flüge. And they're looking for an opportunity, possibly after the fourth-coming elections or the European referendum, to stab Corbyn in the back. Und sie suchen, wie lauert auch eine Gelegenheit, vielleicht nach dem Wahle, die vorstehen oder nach der Volksabstimmung zur EU-Mitgliedschaft, um Corbyn in den Brücken zu fahren. And we play the key role in guessing Jeremy Corbyn to stand in the election. We have comrades on the national executive committee of UNITE, which has one million members. Unsere Mitglieder sind Mitglieder im Vorstand von der Gewerkschaft UNITE, die eine Million Mitglieder hat. And we have a key comrade on that committee. Und es gibt einen in den Norden von uns, die da eine Sprügelposition ließen. And she pressed for a new workers' party, continuing. Und sie hat sich immer eingesetzt für eine neue Arbeiterpartei. And UNITE decided only very late in the day to back Jeremy Corbyn. Und diese Gewerkschaft hat nur ganz zum Schluss sich entschieden, Jeremy Corbyn zu unterstützen. Und der Vorsitzende dieser Gewerkschaft hat gesagt, wenn wir Jeremy Corbyn nicht unterstützen, dann wird Susanne, also unsere Genossin, würde dann eben mit ihren Leuten da und mit der Socialist Party eine neue Partei aufmachen. Also es ist durchaus glücklich, dass sich eine neue Kraft entwickelt hat. Aber es muss organisiert sein. Es muss ein klarer Programm. Es muss ganz klar sein, dass die kapitalistischen Agenten des Blair-Flügels aus der Partei herausgetrieben werden müssen. Es sind keine Reformisten. Es gibt heute nicht mal in den entwickelten Ländern Europas, in den fortgeschrittenen Ländern Europas, ganz zu schreiben von der Peripherie, gibt es überhaupt die Möglichkeit, eine Grundlage für Reformismus zu machen. Only as a byproduct of revolutionary measures is it possible to carry through substantial reforms in the living standards of the working class. Bedeutsame Verbesserungen für die Lebensbedingungen der Arbeiterklasse wird es nur als Lebenprodukt von revolutionären Prozessen geben. We did that in Liverpool. Das haben wir in Liverpool gemacht. We organized two citywide generalstrikes. Wir haben zwei statewide Generalstreiks organisiert. We demanded the government that they pay back to the city of London and Liverpool, the millions that they've stolen. We said we're going to pass a low-cost budget. I will promote a mass movement that will compel you to give this money back. And we achieved that. And we defeated that. Not once, but twice. Because we defeated it on the Voltax. We ordered 18 million people not to pay the Voltax. It was a brutal attack on the working class of them. We had 34 hominage jailed. In dieser epischen Schlacht we wrote the epitaph of the so-called Iron Lady. Nothing can erase from history the achievements of defeating the founder and head of world counter-revolution at that stage. There's a long-going battle taking place in Britain. This civil war has not yet come to a hand. Behind this is a new generation who are looking for answers to the burning problems that they face. They will only find that in the ideas of genuine Marxism. Of our organization a committee for awareness international. Which is not exclusive and narrow. Which recognizes the movement that is going to take place in the next period will propel all kinds of forces looking for a revolution. We will work with them. We will work with them. Even if they don't necessarily join the CWI. We will create in every country if you like a broad united front of fighting for change. We will create in every country if you like a broad united front of fighting for change. Which is demonstrated, as Comrade Andrus pointed out, the absolute necessity in the battles that are now opening up. Next year is the 100th anniversary of the Russian Revolution. Only in Russia was a revolution coming through in the classical form. Nur in Russia wurde eine Revolution in der klassischen Form durchgeführt. In der die Arbeiterklasse die wesentliche Rolle gespielt hat. Und es hat auch in diesem Land in Deutschland, war das die Inspiration für die großartige Welle von Revolutionen 1918 bis 1923. In fact, there were many revolutions in the 20th century. Es gab mehrere Revolutionen, viele Revolutionen in 2020. And only the Russian Revolution succeeded in a classical form. Aber nur die russische Revolution war im klassischen Sinne erfolgreich. Why? Because the working class was fortunate to have at their hand a tested revolutionary party. Warum? Weil die russische Arbeiterklasse das Russen Glück hatte, angeführt zu werden von einer erprobten revolutionären Partei. Es war das großartigste Ereignis in der Menschheitsgeschichte bis heute. Aber in der Periode, die bevorsteht, werden wir und werden wir das noch übertreffen. Wir stellen uns auf die Schulter dieser historischen Generation. In gewisser Weise war es 20. Jahrhundert ein Jahrhundert der Niederlagen potenzieller Revolution. By learning the lessons of all of those events, we can prepare for the stormy future to come. We can create in this century a mass movement of revolutionary parties, that this time will take power and create a socialist world. Und wir können in diesem Jahrhundert nun Parteien aufbauen, die erfolgreiche Revolutionen durchführen werden und sozialistische Welt aufbauen werden. Some of us might not be around when this takes place. Einige von uns werden dann vielleicht nicht mehr leben, wenn das passiert. Bernie Saunders might not be around. Vielleicht mit dem Bernie Saunders nicht mehr. Which is a comforting thought. Das ist ein Trost. Aber die Generationen in Zukunft werden die Lektionen der Vergangenheit lernen. Und bewaffnet mit den Ideen des Marxismus und des Sozialismus, werden wir ein sozialistisch-demokratisches Deutschland erreichen. Ein sozialistische Unióライter der Europäischen Union,